Ich bin schon mal vor, du machst das so in der Gegnergruppe. Ja, das macht mir schon Spaß. Oh, das klingt hart. Das wird doch nix. Wenn ich mit dir. Du weißt, am besten in der Mitte landest, ne? Was? Oh, das ist wirklich convenient. Warum soll ich dich vertrauen? Weil ich nicht lieb für die Zinn, als ich sie auch einmal war. Ich habe in den Zinn-Simulations, die riecht, die schlussendurch, die schlussendurch, die schlussendurch. Also, was ist dein Erwin-Bei? Warte mal, warte mal, warte mal. Was passiert da jetzt, wenn ich dann als erstes draufgehe? Äh... Mein Körper hat seit langem gestohlen. Oh, fuck! Ne, ich krieg hier immer ein, jetzt als Volltreffer und plus 500 und sowas. Und wenn du bei mir drauf wärst, was ich gar nicht. Äh... Hol'n cool. Ich finde das hier immer ganz interessant, wie... Eieiei! Die andere das immer hinkriegen. Weil so Sachen, die ich selber nicht zu kann. Ja, ich finde es halt... Was ich interessant finde, wenn man etwas guckt, dann kann man das immer. Aber wenn man es selber machen muss, ist das immer was ganz anderes. Ja. Warte, ich brauche 100.000 dafür. Ah, komm. Das ist machbar. Das schaffen wir doch. Oder wem. Ja, okay. Äh, hol'n. Komm, du, an dir hängt es jetzt. Ja, ja, wir schaffen das. Jo. We get that. What's next? Juh, sauber. 1, 3, 3, 1. Use it when you find me a suitable form. Manu! Plattformspalt geschafft. Juhu. Das war doch Luft. Das war... Schnell. Ja, ich finde die ganzen Leben müssen dauern sowieso jetzt nicht so lange. Ja, man kann ja. Find ich auch gut. Oh, ich bin schon Level 15. Guck mal her an. Ich bin fast 18. Ah, diese Spalte. Die KI hat weitere Spalte in der Stadt versteckt. Na, 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 du. Wer so'n Säue? Ja, früher bei so'n Säue musstest ja diese Pornopumpen einsammeln. Ja. So. So, wohin müssen wir denn? Gott, alter, du bist fast... Alter, du bist am anderen Ende der Map. Ja, ich... Ach du Scheiße, warum das denn? Äh, also wir könnten jetzt entweder... Wuhuuu! Nebemission machen? Äh, ich würd' sagen... Haupt... Guck mal. Oder Hauptmission. Überlegene Gerechtigkeit ist erkunde den Spalt. Ach, guck mal. Ja. Ja. Und, äh, die Hauptmission Durchbruch auch. Okay. Also war das sowieso. Perfekt. Genau passend. Siehst du gerade den Punkt? Ich muss noch, ja, 2,3 Kilometer. Du bist ein bisschen näher dran. Ja, 1,7 hab' ich. Na, bei mir bist du gleich da. Vielleicht hast du auch einen anderen genommen? Äh, hoffen ich nicht. Also ich habe den genommen, äh, bei mir steht jetzt oben, erkunde den Spalt. Äh, das dürfte eigentlich nicht mehr, aber das haben wir gerade gemacht. Ne, das ist aber für eine Mission, da steht, äh, die steht bei dir. Und da, eine Mission von Nico. Moment, dann ist das die hier? Ist das hier ein Spalt? Ja. Dann machen wir das jetzt nochmal. Dann machen wir das. Ach, guck mal, das ist was anderes. Ich sehe noch nichts, ich sehe noch einen Ladebildschirm. Mhm, aha. Okay, dann laden wir mal ein Virus auf den NSA Computer. Hört sich auch ganz einfach an. Haha, was das denn, ey, super. Ich sehe dich schon auf dem Boden. Also, du siehst dich wahrscheinlich, ne? Ja, ja, voll du mit deinem Geil, dieser Stöckelschuhen. Ach du Scheiße. Ja, du musst einfach nur nach links oder nach rechts, oder halt die... Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Bei Linke, ach, Linke Maustaste kann man auch nutzen, ist ja super. Wuuuuh! Oh, oh, das ist aber gemein. Turbo Boost! Siehst du mich jetzt eigentlich vor mit dir? Ja, ja. Was haben wir denn schon gemacht müssen? Ja, so manche nehmen, sind echt interessant, vor allem, weil das hier ist halt auch und dieses... äh, dieses Spiel, dieses Thema, das war so ein Computerprogramm im Grunde, Schwein. Warum? Ach so. Der Sinn, der hat sich einfach explodieren lassen. Ja, wie kann er, was geht auch nicht? Nun, super. Oh ja, springen können wir auch. Interessant, interessant. Oh, fuck. Wie schnell, wenn du den Turbo anhaust. Fuck! Sie haben, was mit dem Sie passiert? Sie sind die Lava oder was auch immer das Ziel. Oh, Junge! Oh je... Oh je... Oh je... Nö, wa? Ja, oben links sind Punkte. Ja, Punkte, aber keine Zeit. Nee, nee, Zeit haben wir nicht. Aber irgendwann ist halt der Map zu Ende. Ach so. Ah, okay. Fuck. Auch noch beide vorbeigelaufen, wa? Oh, komm, den will ich aber noch kriegen. Das kratzt schon an meiner Ehre. Die wird einfach total synchron bewegen. Ach du. Das ist aber gemein gewesen, ey. Da hab ich auch fast gar nicht mitbekommen, dass wir hätten springen müssen. Das ist aber wirklich wie, weil du bist ja wirklich in so einem Geschwindigkeitsrauschen. Und du musst darauf konzentriert dir alles einzusammen so weit, ne? Nö, da musst du einfach mal in Studio є. Und da du bist ja okay planisch. Oh, guck mal sicher Oh, fuck's hab ich bin grad auf die Fresse gefallen oder so? Ja, gut, sollte auch mal nicht mehr people lieben. NööööööHow Schade. Ja gut, 50.000 Punkte haben gefehlt. Das geht. Aber da muss man sich echt ein bisschen konzentrieren. Ja, schlimm. Und dann noch bei einer Aufnahme. Geht ja gar nicht. Mein Bild sieht auch geil gerade aus. Deiner rennt auch so komisch. Ja, aber der sieht so ganz komisch aus. So voll hell und weiß. Ja, so wie es so. 3500. Schade. Naja, was solls. Also ich hab 3.800. Du Schwein. Na gut, ich hab 3.675. Ha. So. So. Wer wollte noch mal mit dir aufnehmen? Du. Ja. Ich glaube, ich muss mich mal bei der Gewerkschaft melden. Welche Gewerkschaft, ey? Die Let's Player Gewerkschaft. Da bin ich der Vorstand. Das, äh, das, äh, das, äh, vergebene Liebesmüh. Oh, yeah! Siehst du, wo ich nicht muss? Ja, ich seh aber wo, ah doch, ich seh das Ziel insgesamt, glaub ich. Wo ist das? Ja, so 1000 Meter weit weg. Ungefähr. Ne, ich seh was anderes hier auf meinem. Ich hab bei mir jetzt, beseitige die Sinn-Truppen. Wo ich stehe. Ja, wo musst denn du da hin? Ich muss in die Richtung, 700 Meter. Äh, ich komm einfach mal mit. Mach das mal. Tu das, tu das. Moment, 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 die will ich haben. Yeah! Die will ich haben. Was ist das? Mach auch eine. Die strahlt nur so hell. Wie viel hast du jetzt? 56? 26. Also, einiges ausgegeben. Hier, 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 hier. Wow. Ach ja, voll dran vorbei. Alle auf die Fresse hauen. We're over already. Wie immer. Ich würde gerne Waffe irgendwie haben, das ist ja super. Ja, Raketenwerfer nicht auch, kein Problem. Da haben wir auch Spaß mit. Ach, klar. Warte mal, der? Du, da, Auto? Nee, so nicht. Na gut. So. So, und ich muss jetzt mal da. 500 Meter. Ziel erreicht. War's das dann mit deiner... Das war, das war im Grunde deine Mission. Jetzt hab ich klettere den Turm hoch. Nee, doch. Überlegene Gerechtigkeit. Aufgaben von Neomid. Überlegene Gerechtigkeit. Steige den Turm hoch. Sag mal, was hast du denn für Aufgaben? Die hab ja nicht mal ich. Ja, die stehen da aber unter deinen Aufgaben. Egal, was hast du denn jetzt ausgewählt für eine Mission? Ja, eigentlich hab ich die Hauptmission mal weitergemacht. Okay, Gesetzesbrecher. Ja, ja, genau. Brand heiß. Genau. Begib dich zum broken Shiddalack. Dacht ich halt mal, weil wir halt... Mal, wenn du uns in einer Folge mal ein bisschen was annehmen musst, und eine Hauptmission machen, oder? Ja, guck mal. Okay. Ja, gut. Ist doch jetzt in Ordnung. Kannst du ein Platz, wo ich das testen kann? Indeed, I do. Mal rumstressen. So, bin ich da. Achso, das haben wir aber schon gemacht. Ein bisschen Blas vielleicht nochmal. Jetzt muss ich mir die Zeit vertreiben, bis du kommst. Hattest du die nicht starten? Doch. Aber... Wo machst du denn dann? Ach, die ganze Zeit, weil du, glaube ich, irgendwas im Menü gemacht hast, ist du wieder weggegangen. In order to use this element, you will need to manually alter your power. Oh, this element. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Well, that's handy. Ja, genau. Das im Kampf. Das wird total super. Now use your fire blast on those people. It will ignite anyone in the blast radius. Ja, das könnte dann durchaus, ne? Ach komm, leicht spüren geht's auch. Interessant. Das sieht doch geil aus. Wenn er beim Brennen... Hilfe, Hilfe! Ja, Feuerblast. Komm, hier, hau rein. Jetzt hast du dir alle Töten mit dem Feuerblast. Ja. Ich habe eh keine Chance, auch ohne Feuerblast. Ah, 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 ah. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest, to find me the body you can find. Ja, bin ich auch ganz glücklich. Du wirst jetzt schon längst tot. Wahrscheinlich, ja. Kraft Element Training geschafft. Ah, guck mal, da kriegen wir sogar noch Geld für. Für nichts eigentlich. Alter, shit. Blastet im Moment Feuer. Erfangen. Ist ja noch viel mehr, was mich überfordert, ey. Oh, noch ein Erfolg. Die Zwillings Saints. Hältige zehn Aufgaben im Korbmodus mit deinem Partner. Oh, du bist mein Partner. Uh. Gesetzesbrecher abgeschlossen. Geiler Scheiß. So, für eine neue Aufgabe haben wir mal eben, Tab. Tja, wir können, na, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt das hier. Was denn? Klettere den Turm. So, okay. Das ist irgendwie 700 Meter weit weg. Äh, 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 ja. Äh, 500. Und dann... Hier ist mir... Hier ist mir satanistische Kirche. Da, wo ich hinschieße? Go, keine Ahnung. Das finde ich nicht schön, glaube ich. Was? Das, 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 das ist die Kirche? Ich finde eine Kirche immer also meine. Das ist doch schlimm. Ist doch alles Satan. Satan ist überall. Oh Gott. Okay, äh, das mit der Aufnahme wird dann doch nichts. Musst dir leider einen neuen Partner so. Kannst ja mal Christen sein. Oh nein, verdammt. Alter, das ist so ein Krampf mit dem Sprung. Ja, findest du? Ja, vor allem wenn du zu hoch springst. Warte, ach so, da ist die Plattform. Oh nein. Wow. Shit. Ja, das ist, äh, ein bisschen tricky. Vor allem du kannst ja einfach alles überspringen. Ja, könnte man. Könnte man. Ist mir ein wenig zu gefährlich. Fliege ich doch wieder runter. So. Ja, guck doch mal. Ich bin doch jetzt oben. Ey, ich bin schon ganz oben? Ne, nur nicht ganz, aber fast. Okay, krass. Na gut, hier gibt es auch immer die Datensammlung noch, ne? Ja, verbirgst dich doch. Wuhu. Hier hol ich mich jetzt noch. Ich bin oben. Schön. Nur durchlaufen. Krass. Ich bin einfach an der Wand entlang gelaufen. Äh, ey, das gibt so viele Datensammlungen. Ja. Das ist wohl korrekt. Ich würde da gar nicht hochkommen, wenn ich jetzt laufe, oder? Aber damit haben wir ja eh. Also schon mal scheiß drauf. Triff dich mit Keith auf dem Schiff. Aber das ist so ein Dreck. Aber ich mag es, wenn dir so die ganze Stadt später so blau wird. Das hat was. Le Bleu. Ne, Moment, das Porta... Moment. Ach du Scheiße. Ja, das ist 1,6 Kilometer. Ne, ich hole mir ein Flugzeug. Hab eins. Will ich abholen, oder? Ich bin gerade schon auf dem Weg. Ne, du bist aber immer noch 1.300 Meter weit weg. Von dir. Ich soll mich mit Keith auf dem Schiff treffen. Was mache ich jetzt? Ja, ich doch auch. Aber ich kann nicht da hinfliegen. Ja, aber bist du schneller als ich? Ja, Tatsache. Ja, natürlich. Ja, komm, den Kilometer erlaufe ich jetzt schnell. Ist gut für die Verdauung. Ja, super. Du musst auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Alter, so hässlich wie du bist, musst du vielleicht einmal auf deine Schönheit achten. Ja, das sagt der Richtige, ey. Alter, ich bin der Silver Surfer. Hässlich wie die Nacht, weißt du? Super eingepackt, direkt im Portal. Das kann auch nur wieder, der Nico, er hat es einer. Das ist Skill. It's not a bug, it's a feature, wa? Ja. In deinem Moment, das ist EA's Motto. Das könnte man auf dich aber durchaus übertragen. Möchtest du mal so fast behaupten. Willst du damit sagen, ich bin so wie EA? Nee, aber du bist kein Bug, du bist ein Feature. Toll. So, juhu. Aufstieg. Oh cool, warte mal, ich bin aufgestiegen. Das war super. Oh, ich bin 19. Also, du bist ein Fan? Ja, 19, nicht neun Fan. Du bist ein neun Fan. Ich brauche ein stabiler Umfeld, um aus der Simulation zu arbeiten. Es gibt mehrere Dinge, die du um Brixen zu tun kannst, damit ich es umsetzen kann. Also, ich sollte ein Blast schaffen, einen Flachschaden zu kreieren. Ja, warte. Erstmal muss ich hier Fähigkeiten verteilen. Ja, dann mach auch. Tempo Nummer 3. Ach ja, man kann ja in dem Spiel doch Kamera, ach ja. Kamera? Blast? Nee, warte mal. Extras, Cheats, Spiel. Ach ja, man kann ja auch übrigens Cheats aktivieren. Super. Machst du die Schuhe, Mama? Du eilig. Schwarzes Autoloch. Dein Fahrzeug hat eine unendliche Masse und fickt alle anderen Fahrzeuge aus dem Weg. Cool. Das finde ich gut. Wir fahren zwar keine Autos mehr, von daher, also dann, ja, Quatsch, aber es ist super. Aber das, aber ich glaube, das gilt später auch als Kraft. Okay.